Ja, ich glaube, das ist... Hä? Was ist das? Ich glaube, Juja ist es. Ich bin mir nicht sicher. Juja ist es nicht. Frau Niemann. Juja ist es wirklich? Ne. Lüchen, die Unfingen und willkommen zurück zu TTT Trouble in Terroristown. Zusammen... Aua, was solltet ihr das denn? Zusammen mit Maxi, Anne, Nephias, Dalu, Katz, Kats, Gedöns, Horchi, Juja, Goku... Ah, nein! Du musst die anderen Namen noch vorlesen. Das ist irgendwie ein Action, was? Habt ihr mit ihm gemacht? Er ist so umgefallen. Er ist einfach umgefallen. Ich hab doch keine Waffe! Das ist unfair! Aber du kannst doch einen im Shop kaufen. Ja, mach ich. Ich bin Detective und hab das Stun-Gam. Horchi, komm her. Ah, hier bist du ja. Scheiße, ja. Weil ich beleidige niemanden, außer Dalu. Ja, ich bin hier daneben. Also es geht echt nicht so um. Das ist nur der erste Mal eine Treppe. Du musst mich nur treffen auf der Treppe. Das ist nur Good Gaming, seriously. Bleib schnell jetzt! Niemals! Hä? Du hast eine Chance, dass du noch... Nein! Du bist so gut! Good Gaming! Das gefühlt, ich habe keinen Spaß da. Hallo! Hallo! Hey! Dalu-Lol! Was? Was machst du da? Dalu-Lol, Dalu-Kart! Dalu-Kart-Sama! Hallo! Hallo! Oh! Hallo, Julia! Hallo! Warum machst du das? Keiner bewegt sich! Thumbau und Julia Thumbau. Anna, die haben mit der Huge auf mich geschossen. Da wurde der Nephias einfach weggepumpt. Mein Verschiede aufgeschossen. Und der Tita... Nephias geht öfters ins Studio pumpen. Was ist los? Oha! Achso, ich bin ja gar kein Nephias noch nicht. Nephias noch hinter dir. Oh! Oh! Das ist Early Boy! Hast du alles? Ich bin der Huge auf die große Linie. Hier, Feuergranate, Early Boy, fangen! Don't do it! Und... Ne, pass auf, Goro, bei der hat eine Feuergranate geflogen. Wo? Wo? Irgendwo. Da unten ist sie. Hey, hier kommt man so geflogen, hier kommt man so geflogen! Oh! Die war von Early gewesen übrigens. Nicht von mir, ne, ne. Na, hier war's. Hä? Dallu, sind wir noch da? Was machst du? Anne ist im Shop, Anne ist im Shop, Anne ist im Shop, Anne kauft sich den Huge. Ich beobachte. Ich glaube, es steht immer mehr. Anne hat sich den Huge gekauft. Das Feuer. Ach, Goro. Ich hab leider... Mach sie da. Deswegen konnte ich nicht aufstehen, ey. Das ist von dem Gang. Aua. Nein, Mann. Guck doch mal, wenn das will noch nicht gehen. Nein, da hat mich niemand gebacken. Ich will noch ein bisschen morgen. Oh, okay. Komm schon, Alter. Es ist doch noch nicht mehr. Wir haben doch alle gleich zu ziehen. Interessiert euch das überhaupt nicht, wenn er da drüben gestorben ist? Irgendwie nicht. Nein. Nicht töten, Dallukata. Kann jemand mal Detective callen? Nein! Lebst du noch, Leute? Wie kommt man denn da nochmal hoch? Ja, ich lebe noch. Noch lebe ich. Aber in drei Sekunden werden wir glaube ich... Wo bist du, Julia? Bitte, bitte Detectives callen, Leute. War natürlich jetzt smart von mir, ne? Erli! Erli hat mich angeschossen. Erli ist doch hier. Besonders, wir haben überhaupt nichts gemacht. Horchi, Horchi, ich kann es beweisen. Ja, nur weil ihr beide... Ja, Horchi und Erli sind. Horchi und Erli sind zum Abschluss freigegeben. Alter, Arne, horchi und Bim. Arne, der wollte mich umbringen. Was? Das ist wirklich... Was? Wieso? Erli und Arne. Wir sind gar nicht mehr da. Arne und Anne. Ärli boi, ist zubere jung ins E-Bas. Die sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Erli boys. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da, da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ähm, Early ist jetzt tot. Nein, warum konnte ich denn nicht da raus? Tot. AAH! Ganz ab da, du bist doch schon wieder drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, hier sind sie. Zeitung? Ähm. Ähm. Ah, gut. Blau, okay, gut. Theoretisch. Ja, ich hab hier getauscht wie die meisten. Was ist hier passiert? Julia. Was war das? Es sind doch nicht mehr so viele Leute übrig jetzt. Was ist hier passiert? Da liegt ein Vogel, willst du einen Vogel haben? Das dreht sich noch, wundervoll. Vogel klingt gut. Was sie da haben, hol ihn dir ab. Geh da nicht hoch. Oh, jetzt hab ich die Taube schön. Kommst du runter zu mir? Du bist doch da. Hä? Du bist ja gestorben, wie hast du denn umgebracht? Anne. Ich find das nicht witzig. Hä, das war's nicht? Wieso ich? Weiß ich doch nicht, weil ich sag, dass du das warst. Ich bin Inno okay, das ist schon mal richtig. Du bist Inno? Wieso? Ich wollte jetzt nochmal nachschauen. Was ist denn? Was ist mir in Ruhe? Oh, hallo. Oh, hallo. Ähm. Passt die Map ja so ein bisschen, ne? Warum? Weil die so groß ist. Oh. Wo bist du? Oh. Anne. Ja! Wo du bist. Oh, hallo. Kannst du einen epischen Schlagstock Bitchfight machen, hä? Schlagstock? Ja komm, Schlagstock. Ich hab 68. Wie viel hast du denn? Ich hab 89. Ich würde jetzt so ganz wenig Transchip essen. Ich bin auch Jahrgang 89. Das ist witzig, oder? Mhm. Ich auch. Oh, Julia. Was denn? Find ich nicht. Soll ich mir den Kaffee machen gegen kurz? Ja, ja. Kann man auch wegzulaufen bitte? Kann man mal jemanden ein Bier holen? Und dann noch eins. Das dauert ein bisschen. Boah, gleich gekauft. Perfekt aneinanderlaufen seid ihr die Besten. Ja, jetzt spüren das. Hunde. Kaufe doch einen Radar. Ich hab doch einen Radar, Mann. Dann benutze es. Ich benutze es auch, aber Julia rennt die ganze Zeit rum. Bist du im Keller, Julia? Ich bin bei Good Gaming. Ja, bevor soll ich wissen, wo Good Gaming ist? Das sieht doch nicht... Häft euch einfach irgendwo. Ich bin jetzt unten bei die Wuff-Wuffs. Oder sind hier die Wuff-Wuffs? Nee, die sind hier... Oder? Nee, die sind hier in der Nähe. Ja, das ist kein Wuff-Wuff. Gleich dein Arsch hier rüber. Ja, fein, Anne. Ganz fein, Anne. Ja, ganz fein. Aber sie gewinnt. Gettrick. Ganz fein. Ganz fein. Ganz fein. Boah, Julia. Grant ist durch den Fate gestorben. Ach so. Das war ein perfektes Tiny. Das war das Beste, wo er hätte sterben können. Das war da, wo. Direkt vor Julia. Ja. 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 Wow. Oh, ne, FÜ. Was haben wir denn noch alles schönes? FÜ und Diegel. FÜ und Diegel. Glaub mir. Auch die sind Weihnachtszeit. Ja, hier Maxi, 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 ist es Maxi, ist es Maxi, turn him! Okay, ich glaube es sie. Okay, ich glaube es sie. Early Boy Detective. Und es ist dann Maxi. Auf gar kein Fall. Mit wie viel Y, welcher Maxi? Klar. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wir sehen Maxi King. Ich heiß gar nicht Maxi McFly. Maxi King. So nice. Alright. Was hast du gerade geschossen, ey? Ich habe auch nichts geschossen. Wollen wir jetzt Maxi töten? Du bist okay, du bist nicht Maxi. Bist du Maxi? Nein. Du bist Darlokat. Ich bin Maxi. Was? Hier sind Hunde, äh? Ich habe nicht gesehen, dass du Detective bist. Der Hund ist tot. Ey, Anne. Verfolg mich nicht. Ich suche Max. Hat einer die McDai gefunden? Ne, fehl, ne, fehl. Ne, fehl. Ne, fehl, fehl. Ne, fehl. Ne, fehl. Ne, fehl. An dem Mann, du hast mich blockiert. Early. Was? Bist du unsichtbar? Du hast mich geschossen? Nein, du hast mich blockiert. Ach, das ist Gorobald. Das ist Gorobald. Sorry. Du hast dich selber... Ich habe euch alle blockiert auf Youtube. Early. Early. Ist tot. Ist so eine unsichtbare Wand, gegen die ich stoße. Was? Vielleicht ist das einer im Dead Ringer. Wollen wir nicht verarschen? War das geschossen? Ich habe aber keinen Schuss gehört. Mich wurde gerade geschossen da oben. Warum ist Gorobald? Nils. Da ist es. Warum ist Gorobald unter mir? Ah! Hä? Wer ist es noch, Gorobald? Komm, gib mir deine Gedanken. Ab ihn. Okay, wer hat gerade auf mich geschossen? Julia ist es auch. Nein. Julia, okay, Julia. Gut Gaming, gut, Maxi. Das ist doch gut. Du hast auf mich geschossen. Dich, ja? Wie komme ich da runter? Ja, ich habe das noch. Ich habe eine Leiche. Unschuldsding. Kauf dir keiner ab. Ich werde mich da runterkommen. Kommt nicht mal bitte weiter. Get rekt. Get rekt. Get rekt. Get rekt. Get rekt. Die Rhinosaurus rekt. Nicht. Hallo, ich habe gerade einen Schuss gehört, aber ich sehe keinen Schuss. Was? War da irgendwas? Nils habe ich da gezählt, aber... Hast du ihn versteckt? Nö. Hinten an der Tür, hinten an der Tür, Diagon. Guck mal, wer da ist. Oh, scheiße! Hinten, links, hinten, links von oben. Da. Oh, okay, hast du Credits? Kannst du ihn bitte nehmen? Hat sie jemanden getötet? Wenn ich tot bin, ich versuchte noch zu sagen, wer. Weg bleib. Don't call him Schmitz, Julia. Ja, natürlich bist du hier. Wo bist du denn Kapuze? Ich übernehme. Hau ab da! Ich wollte! Die sterben doch einfach. Ich schreie nicht so laut. Was passiert? Du hast einen Schuss fremden zwei. Was war das denn überhaupt? Wie? Also Nils, was war da denn los, ey? Nils, äh, geht rekt. Aber weil Grenzen Warleg hat, hat er mich sofort gesehen. Ja, und? Er ist tot, oder? Jetzt sind wir alle verpackt. Ohne dich zu sehen. Ne, ohne nach oben zu gucken. Wie hast du das gesehen? Du hast den, äh, den Warleg heute an, damit ich mal wieder eine gute Folge hab. No, Skillerwaffe. Du bist tot, das gilt. Willst du mal eine Skillerwaffe haben? Der Quoten im Arsch. Ich zeig dir mal eine echte Skillerwaffe. Oh, zeig mal. Oh. Der pinken Dildo 2.0 von dir. Ich wollte gerade sagen, du spielst sie wieder mit Webcam. Die Waffen an der Frau. Und plötzlich hat sie gewachsen. Boah, da schießt er da auf mich, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Da unten ist Blue Gramps. Ich weiß, ich bin doch froh geschossen. Anna hat eine Leiche. Early ist auf K. Einzel. Early. Das ist doch kein Spaß, Leute. Ich beschütze Early. Warum nicht? Early, ich schütze dich. Ich schütze dich, Early. Rake in the end. Anna hat ihm eine Leiche aufgehängt. Unschönige Leiche. Nein, da du gerade, das ist Early. Beschütze ich. Wie geil das aussieht bei dem Skin, wo er den Hut hat. Ich möchte alle beschützen. Boah, der war geil. Der war geil. Der war geil. Der war geil. Du Mörder. Ich sterbe vielleicht, Renz. Du kennst Horcher. Bitte, bitte, bitte. Hat bei dir Early auch den komischen Skin? Nee. Schade, der Hut ist vor seinem... Ja. Wie soll man das? Ja. Ja. Da muss man es verstehen. Horcher war ein netter Versuch gewesen. Lass euch nicht stören. Fuck! Einbrecher. Was macht Early ist der AFK? Nee, das ist eine Taktik. Spielt so wie immer. Achso. Renz, schau mal. Attentat auf dich. Wenn du willst, kriegst du auch eins von mir kaputzen. Von mir kaputzen. Okay, nehm ich auch. Ey, du hast mich da hochgeschubst. Ich hab gar nichts gemacht. Wo geh mal hin? Was machen wir jetzt mit dem hier? Geh mal hin. Detective Flücke ist da. Detective Flücke ist da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Achso. Maxi hat mich geschlagen. Maxi ist frei zum Abschuss. Maxi ist frei zum Abschuss. Nein, ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht. Early hat doch gerade gesagt. Hör auf mit solchen Witz. Ja, das ist Gorobai. Nein. Renz, haben Sie eine Portal Gun? Ohne, ohne zu überlegen. So, jetzt kann ich nämlich ihn hier machen. Habe ich dich getroffen, Max? Renz, du hast keine Portal Gun, oder? Sag schnell. Nein, nein. Dann ist Good Gaming frei zum Abschuss. Hä? Good Gaming is Traitor. Hä? Ich habe jemanden mit G mit einer Portal Gun gesehen. Und Gorobai war neben mir. Und Grants Detective. Also muss Good Gaming... Aber Grants kann auch eine Portal Gun haben. Ich habe ihn aber gerade gefragt, wer ist Detective? Achso. Ja. Und Gorobai habe ich gesehen. Ja. Und jetzt hat er es nicht einfach. Jetzt hat er es nicht einfach. Jetzt hat er dann ja. Hallo. Ach, das ist... Oh Gott. Ich finde es blöd, dass die Detective immer nur... Prinzipiell ist es schon klug, einen Namen mit G zu haben. Wo ist gerade Expo... Irgendwo ist gerade ein PHD getroppt. Ja. Der mich jetzt gar nicht für versteckt. Irgendwo ist gerade ein PHD getroppt. Garnanymus. Garnanymus. Guglia. Guxi McFly. Guxi McFly. Guxi McFly. Guxi. Maxi. Guxi McFly. Guxi McFly. Guxi McFly. Guxi McFly. Guxi McFly. Haben wir doch, Anne. Ich habe doch gesagt, dass er es ist. Oh, äh. Achso. Ich habe ja auch nur da gesagt. Ach, Early hat den. Nein, eben. Das war ich nicht. Irgendwer hat ein PHD. Ja, heute. Das war, glaube ich, Good Gaming. Willst du nicht gerade... Die habe ich von ihm. Ja, aber davor war jemand mit dem PHD. Achso. Jetzt kannst du... Der Alo hat ne Pottel. Ich habe zwei Traitor gekillt schon. Das kann nicht sein, weil... Nein, den habe ich erschossen. Ich habe dir das Leben gerettet. Guck mal die Konsolen. Ja, habe ich doch schon lange. Nein, aber steh doch dran. Er hatte noch einen PHD-Flopper gehabt, der noch nicht getrunken wurde. Das hätte nicht ins Auge gehen können. Jawohl, hier gibt es noch Grades-Items. Wer, Dalo, wer ist es noch? Ey, auf die Schießwerf. Nefi, Nefi ist es, Nefi ist es. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Es könnte doch auch Anne sein. Ja, ich glaube, das ist... Was ist das? Ich glaube, Yuya ist es. Ich bin mir nicht sicher. Yuya ist es nicht. Frau Nemus. Okay. Yuya ist es wirklich ne. Oh Mann. Schönen guten Tag. Ah, Mann. Shit. Ah, was ist denn da passiert? Das war ich nicht. Oh Gott. Die nächste Leiche, was hast du versteckt? Nein! Hallo? Ich versteck die Traitor. Ich wollte dich gerade mit dem PHD töten. Warum? Warte mal, du hast die Traitor getötet. Du kannst mich auch nicht mit dem PHD töten, weil ich Traitor bin. Versuch's. Ich bin unsterblich. Versuch's. Maxi. Was war denn jetzt mit dem... Ernsthaft? Wer ist auf den Lüftungsschacht gesprungen? Ich. Außer... Nein, ich war im Lüftungsschacht. Haha. War. Ach nee, wie hängt er denn? Early hängt an mir. Oh, nice shot da, du. Basic. Ja, 180 Headshot. Ja klar, kein Problem. Und Good Gaming, ey. Dich hab ja auch dranbekommen. Boah, ich hab gleich keinen Bock mehr. Ich war so kurz vor dem Rage Quit. Warum? Weil ich jedes Mal, wenn ich mal als Traitor was machen will, immer aus irgendeiner gammligen Ecke von hinten gesehen werde. Du wurdest nicht gesehen. Dann streng dich doch mal ein bisschen an. Nils, Nils, du wurdest nicht gesehen. Ich hab geblufft, bis du dich verraten hast. Interessant. Nein, das Portal hing an der Decke. Und in der Probezeit, wo wir es immer gemacht haben, hast du das immer an diese Stelle geschossen. Sag mal. Was ist los hier? Deswegen hab ich das gesagt und dann hast du, ja, aber Grants kann doch auch sein. Und ich so, ne. Hättest du das mal eher gesagt? Ne. Ohne Scheiß. Drei Minuten so frustriert gewählt. Mit den Runden vor der Aufnahme bin ich jetzt das sechste Mal Dete. Du kannst doch mal ausmachen, wenn du nicht Dete sagt. Aber da ich bin dir auch in dem langen Gang, wo du warst, bin ich dir die ganze Zeit hinterher gerannt. Bist du andere angeschossen hast. Ich hab dich nicht einfach so abgeballert. Early kauft grad ein, Leute. Kann man die auftreten? Sparta Kick. Sparta Kicken. Ist das nicht Schlinke? Wir haben alles versucht gerade in der ersten Runde, aber da geht nix aus. Hat auch keine Klinke. Start. Ich versteh nicht warum. Einmal hier, was ist da los? Weil die Portal Gun, die seh ich immer nur auf dieser Map. Warum? Weil die hier Sinn macht. Weil da ist ja hoch und viel Raum. Der Gott! Nein! So knapp Early ist was da dran. Da kam gerade eine Granate durch. Nein, das werden wir getötet. Ist da jemand tot? Oh oh. Oh oh. Hier liegt ne Leiche. Äh, Grants ist es gewesen. Oh, es kam Punze. Nicht sorry hier. Schieß mich an und bist tot. Oh die Schild. Oh. Oh. Was ist das jetzt? Er hat die angeschossen. Ich bin Deteckter. Early hast du die Portal Gun gehabt oder hast? Nein. Nicht sorry was da. Irgendjemand mit G hat die Portal Gun gehabt. Oh, ich hab die Portal Gun. Hallo Anti-Portugal. Der Trick funktioniert nur einmal. Buddy! Komm Capuzzo, wir gehen dahin, wo es in meinem schönsten war für dich. Buddy, ich bin lieb. Glaub mir. Hier ist es einmal. Nach Österreich. Nach Bielefeld. Nach Bielefeld? Das gibt's doch gar nicht. Ey Capuzzo, warte mal. Ich will dich hier so irgendwie wie auf so einem Opfer... Jetzt nimm die komischen Leichen weg. Ich will hier... Oh, das sind die Legs. Wir sind jetzt zu viele Deagle jetzt im Raum. War das? Ja. Oh, shiii. Take the Deagle down. Das ist die Anela. Guck mal, Capuzzo nicht immer gerne auf der Seite. Äh, take the shotgun down. Ja? Machen wir mal Rettchen gleich, wenn das geht. Ja? Haben wir jetzt Capuzzi? Warte mal kurz. Oh, dann kann man... Nee, leg nicht. Du mal erstmal hinten. Die können Traitor nur nicht aufheben, Maxi. Ach so. Das ist ne Enno-Deagle. Äh. Silent Gun. Na, echt. Ich bin hier rausgekommen, Julia. Die Gegler hab ich ja selbst. Wo war denn der Ausgang von diesem Schacht, bitteschön? Ja, ich bin hier raus. Ist doch... Und wo gehst du rein? Ja, auch hier. Und hab festgestellt, dass das ist ne One-Way. Ja, okay. Julia ist safe. Dabei! Jetzt sag doch... Okay. Julia ist safe und naiv, aber Julia ist safe. Weil du Traitor bist, weißt du, dass du weg bist. Nein, weil ich Detective bin und ich grad ertape mich. Anne, komm an hier ran. Wo bist'n du? Wann, 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 wann. Wir werden da jetzt noch Feuer legen. Das Feuer ist jetzt wirklich da drauf. Ey, ich dachte grad das ist so ein Taub und fast schießend. Hast du grad Feuer gelegt? Ja. Du saß mit Taube. Anne, weg 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 weg. Wo bist du denn, Wann bin? Wo bin die denn alle? Ich bin Detective. Warum macht ihr das? Wir sind so wunderschöön. Nee, Fjes. Ja, und du hast ein Taube raus. Beobacht ich sie beiden hier. Oh, auf uns wird geschaffen. Was soll denn diese Spiel des Stands? Oh, wo? Eh, ich bin gerade erst hierher gehauen. Nooooo! oh Gott ich könnte sterben wenn ich hier im Ich höre das Lied. Ja, die Leiche wurde gerade mitgenommen. Nein. Noch warten, noch warten. Es versteht nicht sofort. Es gibt einen Dead Ringer. Es gibt einen Dead Ringer. Ist Erli noch am Leben? Ja. Okay. Hier wurde ein gedroppt mit der Portal Gun. Da wurde eine gedroppt, Leute. Hier entsteht die Dropper. Da hat er die Stimme gedroppt. Oh, du droppst. Ich komm da nicht runter. Am besten ist Gogen immer von hier zu springen. So schräg. Von hier an das Seil. So mach ich das immer. Achso. Der Skiller wieder hier. Nee, aber du kriegst immer viel. Ach, Erli. Ja, du kriegst immer Schaden, wenn du so normal runter gehst. Ich hab die Portal Gun. Hallo, Gogen. Deckung runter. Machst du jetzt gerade? Nee, ich lebe... Wow! Hier wird gesided und snipert. Gut Gaming, gut Gaming, mein ich. Ja, oder hier hinten. Nein, Gut Gaming war das für Gaming. Gut Gaming war das nicht. Gut Gaming war das nicht. Gut Gaming ist tot. Nein, Gut Gaming ist tot. Ey, Gogo, was soll ich... Achso, okay. Ich kapier, wenn Leute mich sehen. Ich kapier, wenn Leute so tun, als würden sie mich sehen. Aber ich kapier nicht, wenn Leute mich... Was ich nicht getan habe. Wie jetzt? Gut Gaming hat in dem Fall wirklich nichts gemacht. Warum hast du denn jetzt den Detektiv? Hä, warum hast du denn den Asker da hingeworfen? Warum hast du... Moment, warum... Warum... Warum hast du kein Gewissen? Warum... Warum hatte Goro ne Portulian dabei? Weil eine... Weil Goro den Traitor erschossen hat. Achso, jetzt hab ich sie mitgekriegt. Tu mal an, Goro. Lauf dir mal. Ich hab übrigens von dem Traitor... Lauf da draußen! Ich hab von Hor... Ich hab Leute... Nur damit ihr's willst... Ich hab von Horchi... Ich hab von Horchi den Defi aufgehoben, der in seiner Leiche lag. Und hab Anne wiederbelebt. Good Gaming! Good Gaming! Ich hab Anne wiederbelebt. Die darf nur nicht reden. Hä? Nein! Mann! Was ist denn heute los hier?! Hä? Schieß doch nicht auf mich, Early! Oh! Ich wusste, dass da los ist! 6 HP! Warte, das kriegen wir wieder hin. Nein, kriegen wir nicht. Noch kriegen wir. Ich beschütz dich. Ich bin zwar gleich tot, aber ich beschützt dich. Denk ich dir. Oh, oh. Maxi? Maxi, geh weg! Was war das denn?! Was war das denn?! Was war das denn?! Was war das denn?! Was scheiß Baby ist denn zu mir gelockt?! Das war ne Frühgeburt. Ja, ich staubte an der Ecke und wurde dann aus Versehen mit der Shotgun mit abgeschossen. Oh. Die scheiß Babygang. Und dabei hab ich doch... Nein, die wusste doch, dass du das willst. Ach, ja, aber ich war jetzt alle verkleidet. Ja, aber du meinst doch... Also du wirst das erstes, wenn du tot bist. Das war für Early gedacht, aber du standst im Weg. Und Early sagt jedes Mal, wenn ich sterbe und Traitor bin, Early wusste, dass ich's bin. Ich hab mir das gedacht, aber... Ja, aber ich war jetzt alle verkleidet. Da crapsst auch bei mir immer. Ja, ohne Scheiße! Na, das hört man wirklich horchig. Ja, sag doch mal, wenn ich immer bin oder Traitor bin, das ist egal. Aber irgendwas schläft schief, Early Boy ist erster. Oh, 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 oh. Ja, das ist noch was aus dem Preparing, hat er nach unten. Wat? Wie kann ich denn erster werden? Ja, das ist immer ein kleiner. Im Preparing hast du gut gemacht. Ja, wie rechnet sich das denn? Wie rechnet sich das Score denn? Ja, wir sind Sachen richtig gemacht. Oh, dadurch musst du einen Punkt haben. Eigentlich hast du ja immer Minus. Klammer! Wir machen ja heute verkehrte Welt, deswegen... Kaput sind schon. Achso, ich hab schon wieder was kaputt gemacht. Granz, hast du mich gesehen in dem Langgang? Was ich dir gebaut hab mit anderen zusammen? Oh, nein. Achso, da hatte ich rumgesnipert und du bist hinterher gekommen. Da hab ich mich um die Ecke gestellt. Ah, nee, ich hab nur... Du hast einmal auf mich geschossen, kann das sein? Ja, genau, dann bin ich einfach auch runtergesprungen, die Etage. Ah, okay, nee, da hab ich mich nur gebraucht. Hä, von wo kam der Schuss? Wo ist denn eigentlich der Hund, Early? Oh, hier ist auch eine Statue. Wollt ihr jetzt mal Goro töten? Warum Goro? Warum Goro? Weil er meinen Job klaut. Ist er frei zum Abschuss? Wir klauen unsere Job. Was denn mit dem Hund schon wieder? Ich glaub, dass McFly ist. Er zieht zu... Er zieht zu... Er zieht sich sicher. Goro bleibt nur am Leben, wenn er heute nicht denkt. Nefi! Er zieht zu kommen, ich glaub, das ist ja die ganze Zeit. Nefi? Oh, ich glaub, Early hat sich ein Nefi gekauft. Horchi ist es. Er kann die Waffen wieder auf. Du hast vollkommen recht. Oh, oh je! Horchi und Nephi hat's. Horchi und Nephi hat's. Ja, Horchi. Risky Business! Loll, wer ist denn da jetzt? Er ist oben! Wenn ich starte! Wenn ich starte! Ich sag, wenn ich starte! Wenn ich starte! Er renne dich zu... Du darfst gar nicht mehr reden, du bist tot. Ja, Dalu. Das war aber nix. Kannst du ihn wiederbleiben oder so? Ne, gerade nicht. Dens? Überhaupt! Ah! Hinter mir! Was denn? Haut doch ab! Surprise! War's Nils? Ist das oder was gegeben? Nein, ich werd wieder angeschossen. Horchi war's. Oh. Hippe! Julia, warst du das? Was? War's denn? Du kommst gerade aus dem Lüftungsschacht, aus dem ich angeschossen wurde und du hast einen Schottgang in der Hand. Ich war's aber nicht. Na, das überzeugt mich. Ich war's aber nicht. Denkst du, ich würde dann aus dem gleichen Lüftungsschacht wieder rauskrabbeln? Europa ist tot? Der ist one way. Also, so doof bin ich dann auch wieder nicht. Der war doch grad da unten. Der wurde mit der Diegel getötet. Muss da alles sein. Lang zumindest so. Muss da alles sein. Ja. Wer ist es jetzt? Was sagt ihr dir? Wer lebt noch? Ne, vier ist es. Ich bin bereits tot, aber super gemacht, Ransom. Ressourcenverschwender. Wo war denn deine Leiche? Wieder geschossen worden. Ja, das war ich jetzt hier. Diegel? Kapuze legt wieder. Ach, klar. Wurde der Wiegel? Der ist alt. Was? Kapuze und gegang sind's, oder was? Ne, Kapuze wird schon geklappt. Ne. Au. Oh, Gott sei Dank, ey. Hätte ich jetzt fast abgeknappt. Ich bin Kapuze. Ähm. Ja. Bei Kapuze. Ähm. Und Anne. Ist jetzt Kapuze inno, oder wie? Hey, bei den Schiedi am liebsten. Ist jetzt gestorben? Nils? Julia war doch, ja, ich wusste Julia. War Tracer. Hast du jetzt einfach so abgeknallt? Nein. Sondern? Unverantwortlich. Unverantwortlich. Äh. Nefias bleibt, glaub ich, noch übrig, oder? Nee. Alles. Na ja, du räumt dir mit den Leichen auf. Ja, ich bin's. Ich mach hier gleich ein Kabinett. Was haben sie denn da unten wieder gemacht? Jetzt liegen da die ganzen Leichen. Sie möchte auch noch Teil des Kunstwerks werden? Darf ich dich abschießen? Mich? Dann kann ich dich dazuhängen. Du willst so Teil werden. Nein, Max möchte Teil werden. Ach so. Ja, Moment, den hole ich. Hat er mir gesagt? Ich hab ihn schon aufgehängt. So, aber ich hole den anderen. Ich hab übrigens nicht. Hört doch auf, immer was zu sagen, wenn ich euch abgeschossen hab. Mann. Alle. Goro. Early. Und Gaming. Binde mich. Alle noch was gesagt, ey. Ah! Wozu lebt noch, tut's gut. Der Boden ist unter mir zusammengebrochen. Time for an at the end. Kapuze, bitte lass mich nicht im Stich. Huch. Was schieß denn das? Komm mal auf. Nicht nett. Warte, ich komm gleich wieder. Geh nicht zu nah bei mir, Kapuze. Kommt sonst ne Taube oder so'n Scheiß. Ah! Toll. Und ich glaub die Tür ist blockiert. Also die schauen wir die ganze Zeit an was Nefias macht und Esther bei Pop kommt. Ja ist doch super. Ja ist doch super. Anne bist du noch da wo du vorhin warst? Ja. Okay. Bleibt da noch zwei Sekunden. Eins. Boom. Schade. Was ist ne Bombe? Bananenbombe? Das ist schade. Echt traurig jetzt. Komm. Oben rechts ist ein Link für die Zuschauer, da könnt ihr überspringen kurz. Ich muss die Musik einspielen. Du 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 du. Bitte warten sie. Du 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 du. Du 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 Ach komm! Jetzt wollte Anne schon wieder weglaufen. Das war aber gemein, weil ihr mich vorgewarnt habt. Ja, er hat sie auch nicht gesehen. Ja, trotzdem. Die wird dann abgehauen und er hat jetzt 8 Jahre gesucht. Nein, ich wäre da hochgegangen, aber ich wusste ja nicht, ob sie sich im Raum versteckt hat und dann da oben noch steht. Komm, buchst du erstmal ne Stunde AFK? Ja, ja, ja. Der andere wollte Server-Crashen gerade. Ich hatte noch ein Sektion-Meam, ich hab's gar nicht gemerkt. Weil ich hab ja dann die Julik gekillt. Der hatte noch mal aufladen. Ja, von mir, bei der. Ja, den hätt ich ja noch benutzen können. Aber vor allem McFly. Holschi ist es bestimmt. Ja, Holschi. Ja, okay, ihr habt recht. Ja, ich hab's jetzt mal, wenn ich sowas sag. Ich hab Spaß. Ist okay, McFly. Du machst dir Spaß, McFly. Ja, der Camp-en-Lot hier. Anne! Und, treff mal uns McFly oder nicht? Ähm, er wäre da gerade getrunken. Mit einer Kugel höchst. Oh, das ist Nephias. Ich hab' den Toll, ich war'n dich. Okay, ich hab' den Diegel. Ich komm' ja nicht raus. Letzte Runde. Oh Gott, der Lüftungsschacht ist voll. Der will noch mal, der hat noch nicht. Ich hab' ne Insie, soll ich die mal werfen? Ja, Leute, geh' alle rein. Grand. Grands in drei, zwei, Lüftungsschacht. Oh, nein! Oh nein! Ernsthaft? Echt jetzt horch ich wieder. Wo ist er denn so schön? McFly ist es auch, Leute. Leute, McFly ist es auch. Anne war auch mit drin. Warum denn? Gut, Gabe, ich hieß der Belüftungsschacht. Das war alles. Äh, Dano, wer ist es noch? Er hat noch nichts gemacht, aber ich glaube McFly. Das war falsch. Ja, Dano, das war scheiße. Goro ist hier oben. Hier liegt Anne. Hey! Er schießt, er schießt draußen. Das war ich nicht. Goro, wer hat geschossen? Early, glaub' ich. Nee. Aber das ist die Fekte. Also, okay, entweder McFly oder Kapuze. Ich war's nicht. Ich lauf' doch hier die ganze Zeit mit der Pumpe rum. Hä, wieso denn ich? Leck' mich doch alle andere hier. Und geht's. Bitte? Maxi, hattest du grad'n Jetpack? Ja, ich hab grad'n Jetpack. Deswegen ist das ein Seil. Deswegen kannst du da auch hoch. Da wurde einer getastert, oder? War aber knapp. Ich möchte keinen Taser hier. Also, warum ich denke, dass das McFly ist. Horchi hat gejallert. Und hat Anne damit gestorben. Und McFly... Oh, nicht schon wieder. Also so mit der Jallerbombe einen Traitor-Kollegen getötet. Und nur McFly konnte das wissen. Schon wieder die Jallerbombe? Ja, ja, klar. Ja, ja, schon wieder. Die kam heute noch gar nicht. Schon wieder. Ohhhh. Well, Derdringer hat er auf jeden Fall schon mal nicht. Komm mal, was macht ihr da? Wir müssen schauen, ob er was anderes bei sich annehmen. Oh, haut die ihn grade? Nein. Nein. Das geht nicht gern. Das sind amerikanische Foltermethoden hier. Ich geh jetzt. Hast du ein Wort? Ich wusste, dass er einen Flopper hat, Leute. Hast du auch einen? Wir haben grade auf Deadrigger getestet, jetzt testen wir auf Flopper. Okay, ich bleib weg. Was denn? Ich teste dich gleich mal auf kugelsicherem Kopf. Was? Was? Er hatte keinen Flopper gehabt. Ne, wir haben Kapuze. Ne, wir haben Kapuze. Das sind wir eindeutig zu Traitorhaft. So, wir testen jetzt auf Traitors Fade. Erscore bei. What? Ich spüre eine leichte Willkür. Ich hab noch niemanden erschossen, diese Runde. Darf aber nicht hinterher fasziniert werden. Ich hab auch noch keinen erschossen. Goro, Goro, wir beide. Wir sind Ende der Welt. Aber Nefi, es ist deine Aufgabe. Nefi ist bei mir. Ne, Goro war das. Nefi? Nefi? Ne, McFly ist es. Immer noch McFly. Geh weg, geh weg. Bleib weg von mir da, du. Wieso Kapuze ist es doch? Gut, McFly passt. Wo ist er? Sag ihm, wo er ist. Wieso fällt dir nicht einer ab? Ich bin eh lustig. Wegen dem auch nicht schon wieder. Du hast einen Traitor-Kollegen getötet. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Was ist hier los? Gib deine Waffen ab. Geh rein in die Zelle. Du hast eine krasse Geschichte, Early. Ja, Alter, da hat einen Buben gemacht, Alter. Da bin ich fast draufgegangen. Nicht ausbrechen, nein. Oder bist du nicht draufgegangen, weil du einen Flopper hast, Goro. Early. Beim Zellenkalabraten... Wer ist hier, Maxi? Was wollt ihr alle hier? Kann man die Schotten dicht machen, hier? Maxi, keine falsche Bewegung. Wir haben dich umstellt. Maxi, ich lasse jetzt hier ein Geschenk, hier. Wie geht die Zelle zu? Ich weiß es nicht. Maxi! Oh, Maxi! Oh, Maxi, der da drinnen steht! Der hat einen Ungeworfen! Wer ist es da? Wer ist es da? Wer ist es da? Wer war's? Ja, man bleibt auf der Granate hängen. Es ist mal, Leute. Tschüss.